Wir sind in den Süden. Okay, jetzt jetzt ganz fest. Warte mal. Warte mal. In den Süden. Ist das da ganz unten, oder was? Ja. Hopp! Nee, Süden ist oben. Ja, nein, wo FOB markiert ist. Ja, nee, bloß nicht! Ja, zäh, zäh, zäh! Hast du noch ein bisschen fliegt, wenn wir nicht abstürzen? Nicht zur Angst. Ja. Und schau, dass du eher im Westen bleibst, da im Ost-Piloter keine Truppen sind. Westen? Boah! Ich hab dann eben auch gesagt, gebt uns, sprichst das ein bisschen crazy. Was mach ich, sprichst voll auf E-Tau. Pass auf, du hast einen Fehler gemacht. Wir sind die beste UNO-Truppe der Welt, ach du Heiliger. Ja, und was haben wir für einen Pilot? Irgendeiner hat mich gerade angestupst, das so möchte nachgeportet werden. Ja, wird er dann, aber jetzt erstmal in der Mission bleiben. Der ist ein Frachtschiff, wir können zu Karpacken. Oh, hier ist noch eins. Holztam. Ja, ich bin dabei zu joinen, allerdings hängt mein Ladebildschirm auf dir ein wenig. Bei Ali auch. Ja, wenn es geht nochmal neu rein. Rejoinen hab ich schon gemacht. Achja, Juman, du bist sehr witzig, der Helikopter darf nicht der Schotter werden, weil, wenn es der Schotter ist, dann ist die ganze Mission gelaufen, also... Ja, ich weiß. Ihr könnt ja schwimmen. Ja, wir schwimmen. Nein, das ist nicht darauf, dass... Gibt's Türen im Wasser? Nein, es hat keine Türen im Wasser gegeben, es gibt auch keinen Atlantis. Ja, gut, äh, ja, ich hab jetzt eine Linie markiert mit Punkten, du würdest auf jeden Fall westlicher von da bleiben. Gibt's nicht einen Grund, warum dieses MG hier hinter mir schwebt? Äh, Moment. Ich muss mal kurz gucken. Ja, also du kriegst eh super. Ja, ich wollte... Warum ist der Typ da schfass und wie du es anziehst? Keine Ahnung. Das ist irgendein Bug, der war nichts zu erinnern am Anfang. Ja, das wird halt jetzt noch zum Ende der Insel, und dann halt nach links vorbei ziehen. Du sagst, das war ja glaub ich ein Brit, ey. Was macht das? Ich glaub ein Briten-KI ist eingestiegen. Haha. Auch nice. Er ist vorbeigelaufen, und dachte, das ist ja schöner Heli. Ey, da ist ja wieder ein Frachtchen. Da sind wir bereits auf dem Schiff. Wetten, da steht genau dasselbe drauf. Und Dregatten. Warte, ich komm tiefer, dann kannst du's lesen. Du sitzt eigentlich rechts neben mir da. Und? Hallo. ABC. ABC. Ach stimmt, ABC-Groove, oder? Ja, Groove, ABC-Groove. Also wir sind eh fast da. Wir sind aber bei der Schnaps-Kompanie. Ja, Österreich. Bei dem Helikopter-Kompanie. Ne geile Hupe. Ach, geile Hupe? Ja, halt geile Hupe. Nein, das fehlt mir beim Helikopter, ne geile Hupe. Oh, wir setzen dann jetzt zum Landeanlust. Landezone voraus. Ja, mach das. Und nicht abstürzen. Das ist übrigens Landeanlust, nicht Bruchlandeanlust. Bundesheer. Pass auf die Stromleitung. Waschmaschinen. Wir müssen Österreicher, Alter. Da müssen wir beim Bundesheer sein, du Genie. Ja, aber das heißt Bundesheer. Ja, weil es Bundesheer heißt. Die müssen alles mal sein. Seid mal leise da hinten hier. Oder nicht abstürzen. Bei den Deutschen heißt es ja auch nur Herr. Nein, das heißt Heer. Und das ist halt so, weil... Bundeswehr. Das ist so, weil die... Warum ist dann ein Deutscher Truck schon durch die Wand gefahren? Oh mein Gott. Aber nicht, weil die falsche mitnehmen. Kannst doch außerhalb der... Der Dingensland, wenn du willst. Ah, jetzt hab ich's nach rechts. Ah, fuck, ja. Oh, warte mal, meine Maus ist zu fein eingestellt. Weg liegt grad nur Millimeter. Oh. Nein, gibt's keiner... Nicht zu hart aufsetzen, gell, sonst kann der hin. Ja, ja, ich möchte das hart noch ein bisschen nach vorne messen, wollen ja schön stehen, noch ein bisschen nach rechts. Und... Zum Freunde der Sonne absinchen. Na bitte, Schneider da. So. Wo ist der andere? Nicht da. Geiler! Wir fühlen's euch nicht einweilen. Jetzt kommt doch noch drauf. Geiler. 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 Punkt, sprich mit der Heckmann. Nord-Ost an der Tanke, rechts vom Stadion. Ja. Ey, Kamerunbeschuss. Was? Ja, danke. Echt geil. Kann nichts sehen, da ein Baum im Weg ist. Bein Kontakt, 80 Grad, sogar 300 Meter. Ich wiederhole hier die Person, die im Fluggespräch nicht dahinten machen. WTF? Leute, ganz langsam vor 5 kmh an den Fuchs. Gut, dann, ja, vergiss es. Die sind eindeutig zu weit weg. Ja, bestätigen, es sind eindeutig zu weit weg. Äh, dann, äh, der Fuchs fährt langsam weiter. Und die Infanterie bis zum Gebäude vorrücken. Ja, ja, langsam vor. Oh, ja, ja. Oh, ja, fahr doch mit E. Oh, scheiße. Oh, nein. Wieso, ich kann nicht stehen? Hallo. Ich hab gesagt, zum Haus sprinten. Ich kann nicht sprinten. Warte, was war das? Holy shit. Hochwand aufbauen. Äh, verletzten. Verletzten. Gut. Hier in Vorder. Oh. 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 Oh, ich. Ich versorge. Noch ein Stück. Ja, reicht, reicht, reicht. Hoch. Will ich nicht ausprobieren. Äh, negativ. Niemand geht aufs Dach hoch. Geht auch gar nicht. Okay. Willkommen zurück. Ja, fahrt ein Stück näher ans Hotel. Kannst du gehen? Äh, Moment. Ich kann gerade nichts machen, weil ich... Weil dann die ganze Zeit in Panik dran steht. Ach, jetzt. Okay, ja, ja. Moment, ich guck mal. Kannst nicht laufen. Ich kann nicht laufen. Ja, aber ich konnte gar nicht gerne mit dem Gehen helfen. Anklicken, deswegen. Hätte es schon... Ich hab in der Mission irgendwie pech. Normalerweise werde ich nie getroffen. In der Mission bin ich schon zweimal am Boden gewesen. Du hast ehrlich gesagt noch drei Einschusslöcher in der Brust. Eins war's ziemlich... So, wie geht's der dann mal? Seht so gut wie tot aus, aber... Zum zweiten Mal in der Mission schon am Boden war noch relativ gut. Der blutend, würde ich jetzt sagen. Ich muss auch für den Medic zu spielen, ich glaub das... Bekommt man zu. Ja. Wer da mal jetzt weiß wie das ist. Okay, was für einen Anschlag nehmen. Wohin jetzt genau? Zu dem Haus da? 12 Uhr. Oh nein, 12 Uhr. Oh, der ist ja der Bunker. Ist ne Barack. Ja, er ist im Bunker. Klaball hört. Ok so verstanden, wir sind jetzt schon im Bunker und der Bunker ist soweit clear, ihr könnt nachrücken. Es wäre nicht schlecht, wenn ihr am besten, also wir sind in Deckung der Bäume Richtung Norden gewandert. Dürfen wir auf die Schießen, Woods? Christoph? Ja. Auf 89 Grad von mir aus, bei dir sind es ca. 90, 95 Grad, links vorm Scheinwerfer ist ein Bunker, da sind zwei Leute, die sind gerade in Deckung gegangen, die kommen gleich wieder, ich sag dir Bescheid wann. Ich bin mir nicht sicher ob ich die treffen kann, es ist ein ziemliches Deckover. So die gucken wieder raus, das sind zwei Mann. Warte, hieß du den? Ja, jetzt ist die Schüsselabgutbestätiger, wir werden dort vorrücken in Richtung der Villa, aber es gibt jetzt kein Mehl weg. Jaja chill, der ist jetzt in Deckung, warte, der ist jetzt wieder weg. Dürfen wir auf den Schießen. Ihr dürft jetzt auf alles schießen, was feindlich ist. Verstanden. Ähm, hier ist, ähm, Skyhound, wo bist du? Hier? Äh, ich mein Skymoon, oh sorry. Ich bin auf der anderen Seite, ich bin da drüben beim Bunker, also. Was ist da vorne rechts, mein? Ja, ich muss erstmal die Leiter... Brauchst du? Brauchst du Muni? Ja, 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 ich hol mir hier, warte. Was ist denn das hier für... Ich glaub du bist hier oben, oder? Ja, genau. Ich... Jetzt... Jetzt kann ich... Alter, ja, warte. Spring lieber nochmal runter von der Leiter und dann... Ich muss von der Seite, ich muss von der Seite warten. Was? Nicht auf den! Nein, shit! Ah, ich lebe, nichts passiert. Wer hat es mir nie gehabt? Ohne. Hier. Okay. Ach ja. So in der Tasche? In meinem Rucksack müsste es sein. Okay. Danke. Yo, habt noch 300 Schuss. Was? Hä? Müsstest du nicht eigentlich sagen, dass du es darfst? Was? Äh, muss ich nicht eigentlich... Hast du? Hast du? Nee, das wurde mich gar nicht gefragt. Oh. Ähm, dann... Hast du unten... Wo Rucksack steht, ist so ein Schloss. Du kannst das machen, auf wie für das Team. Scheißegal. Abgeschlossen und das mal einfach nehmen darf. Ja, ist ja wurscht. Okay. Okay. Ich hab mich noch gewundert, warum das du schnell akzeptiert hast. Weil du schießt noch. Bauer! Okay, sauber. Oben auch sauber. Gut, gut, gut. Kontakt, Griechung Osten in der Stadt. 3-Mann-Patrouille. Nahe der Tankstelle. Kann ich mich befreien? Pass auf, Ali. Ich geh vor. Ich stehe tot. Weißt du, wie weit das ist? So, ich bin jetzt im Stadion. Wir sollen den Typ evaku... äh, äh, exekutieren. 3-Meter. Kontakt, Ost. Kommt auf uns zu. Die Stadion ist definitiv nicht weg hier. Wo sollen wir den Typ umbringen? Der Brot ist gar nicht anwesend. Negativ, das ist der Falsche. Gleisender Befehl. Kontakt, Down. Ne, da ist noch eine. What? Ich höre hier in der G, wenn die mir sagt, wo das ist, kann ich versuchen auch... Das sind wir. Ja, Jumann, das sind wir hier oben. Auf welchem Funk funkt? Ihr auf dem hier? Dabei, was ist hier? Sollen wir den Typ exekutieren? Nein, das ist der Falsche. Wieso? Und wo ist dann der Rektor? Sag mal, Dom Human, dass der gerade den Tröger ausgelöst hat. Danke. Ich kann dann hier Rescue machen, what? Ihr habt den Falschen erschossen. Sag mir mal eure Koordinaten. Da ist eine Frau. Oh Mann, Christoph, was hast du getan? Was ist hier los? In Richtung Ost war Kontakt in der Stadt. Sag mir mal bitte eure Koordinaten. 0, 8, 4, 0, 5, 8. So, Jungs, was passiert jetzt? Der Tüte ist gefeiert. Der Tüte ist gefeiert. Der Tüte ist ganz langsam. Achtung! Achtung, Fahrung! Im Kampf fahren wir jetzt langsam durch die Straßen und du schießt einfach alles tot, was du siehst. Ja. Fahr weiter, Fahr weiter. Genau. Versuch das Ganze jetzt vielleicht systematisch abzugehen. Ich sag mir nicht darum bin, ok? Alles noch ok. Moment. Fahr rechts. Ich hab ein bisschen schneller. Ich hab immer Angst, wenn wir stehen bleiben, dass irgendwas kommt. Das ist irgendwas stationäres jetzt. Wop wop! Wop wop wop! Wop wop! Rechts, 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 rechts! Fahr weiter, Fahr weiter, Fahr rechts da rein! Da ist doch was! Ausgeschaltet? Ja, weiterfahren. Er soll in der Legung bleiben, nicht stehen bleiben. Gut, das ist der Süden der Stadt. Ok. Wie ist denn der Fallstatus, äh, ich mein, wie ist denn der Fallstatus in, äh, in, äh, in Süden der Stadt? Unbekannt. Es geht darum, die Stadt zu sichern. Fahr links. Irgendwo war nachher in der Stadt Beschuss, das hab ich ja gehört. Da ist mit die Linie, da ist mit die Ortstafel. Fahr links, wieder. Oh! In der Kirche vielleicht? Irgendwo bei Beschuss, fahr einfach weiter. Hier fahren wir aber vorbei. Ja, rechts fahren jetzt, dann fahren wir, oder? Weiterfahren wir geradeaus. Ganz rechts. Ja, ja, ja. Ich hör was. Nochmal rechts. Da! Hast du auch getroffen? Bin getroffen, bin getroffen! Ich lebe noch. Out! Ach, nicht lebe! Wow! Ich bin verletzt! Nein, ich bin verletzt! Welter im Arm, wir sind beide verletzt, wir, ähm... Fahr weiter, nein, ich lebe noch, ich lebe noch! Wir fahren ein Stückchen zurück. Da war ein Soldat, der sich nicht bewegen dürfen. Du darfst geradeaus weiterfahren, aber nicht um die Kurve, das ist schwierig. Ist dir sicher, fahr mal. Ja, fahr geradeaus, fahr links. Fahr vorne links und fahr Kirdi. Gucken wir um. Ja. Ja. Lass uns mal kurz verarsten. Ja, aber dann braucht man erstmal ne Deckung. Aber wenn es durch den Boden geglitscht, dann sollst du mal Porten und irgendwie von den Lande mal versorgen lassen. Ähm... Ja, ich bin nicht verletzt. Ich kann mir kein... Mike und Ben sind durch den Boden geglitscht. Kann mir nichts geben, Hilfe! Dann warte mal, ich versuch dir was zu geben und du versuchst mir was zu geben. Da vorne ist immer noch Feindkontakt, nicht vergessen. Nicht ignorieren. Warte mal, darf ich was verwerfen oder nach hinten? Ja, äh... Kann nicht laufen. Fuck. Äh... Leathermar, wir brauchen Medik! Alle anderen... Warte, alle in Deckung gehen! Warte, alle in Deckung gehen! So, wer brauchen wir zu Medik? Ich und äh... Gustav. Darf ich Phosphor werfen? Labal? Labal, Phosphor? Oh... Äh... Jetzt geht's nicht, jetzt geht's nicht. 2, 2, 1, 2, 1... Hat ich den Ausstand, bitte, oder? Ich auch. Ich dachte, du wolltest irgendwas gesagt, heute. Wie gesagt, alle Absetzungen ist kein Monster. Gute Abstep-Sense! Oh Mann! Hallo Christoph, falls du mich hörst. Ich bin durch den Boden geglitscht, kannst du mich oben aufs Dingens spotten? Oder zu euch geht mir kackegal. Auf nicht, ich kann nicht nur in den Stadion padden. Ja, und wenn auch, der ist tot irgendwie. oder der ist weggeglitscht ähm ach ja Ben ist auch durch den Boden geglitscht der liegt auch jetzt irgendwo ich habe einen Kameraback und welchen? meine Kameraback ist drauf nein du hast mich mitten ins Stadion gefordert ich kann doch nicht mal laufen und Ben ist auch da der kann auch nicht laufen der Kameraback tut immer so ganz wenig nach oben dann einfach ganz stark wackeln den brauche ich noch ach so ne das ist mit KI baut mich doch lieber zu euch dann kann ich mehr machen nein du kommst nennen wir zu uns oder gar nicht danke was ist jetzt mit Ali und Ben? scheiße was ist mit Ben? kann ich Phosphor werfen verbal? ja aber Phosphor meine Fresse ACHTUNG PHOSPHOR boah das wird laus ja toll die fliegt gar nicht ach du scheiße Phosphor oh my god ich wurde gehittet nein der Typ Typone ist down Locki ist down zurückziehen mach die vorholt oder was persönlich eurer Position kommt Feind auf euch zu ich geh in seinem G wieder vorsicht Adi lebt Ben wieder? weil ich kann hier nichts machen schön ne stopp ist tot ich bin wieder erwacht ich war grad im Koma ich lieg mitten auf waah fck schieß ich mach runter warte schieß weiter schieß weiter stopp 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 scheiße hat keinen Sinn hat keinen Sinn fck fck wow ey ne wir brauchen wir brauchen Unterstützung hier am ähm ähm anderen Tor West Tor wir haben hier unter kannst du ihn zurückziehen ich versuch derweilen hoch zu gehen und mich zu töten das scheiß Fahrzeug hat den feindlichen äh äh das fand ich im Fahrzeug schon unter Beschuss genommen ok so verstanden schieß soll der Meri zum Westen aufstehen ja aber bitte pass auf dass du dich beschossen bist wir haben hier einen Verletzten fahrzeug wissen auf der Straße wo ist kein Hund Christoph alles klar ja ich finde ich sehe nicht mehr ich kann nicht treffen ich finde nix Lucky wie ist dein Status äh nicht gut aber Ben ist es down warte Mist Ben Status von dir Ben ist down ich reparieren ok ver- äh ver- äh vergesst nicht alle Schrauben reinzudrehen mh wenn ich mal laufen kann soll er es mir sagen tun dann hoch positiv M2 ist ausgeschaltet M2? feindlicher oder freundlicher? seitlich es gibt eigentlich ein Treib hier in hier in Briechenern das ist auf der Villa bei der Villa das ist doch grad jemand gesagt oder nicht? ja hab ich du musst dann äh äh hier links porten wenn er drauf ist ja ich wärs Mirko 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 nach dessen schauen wir wegen TOW oder alter das geht ja nicht gut ja schnell komm 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 mit komm mit TOW brauchen wir 320 ebenfalls Quatsch Quatsch feindliches oder unbekanntes Luftfahrzeug aber nicht verstanden unbekannt ob freundlich oder feindlich fuck sieht russisch aus russische äh K 32 glaube ich scheiße bitte bitte schießen scheiß das heli runter freilschirmspringer 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 scheiße 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 uuuhh oh mein gott oh mein gott Im G-Team, nicht mehr einsatzbereit, hat man verloren. Verstanden, komme hoch. Naval ist dauernd, ich versuche ihn gerade wieder hochzuholen. Granatläufergeschuss von dem Helikopter. Schieß den verdammten Hede runter. Naval, schnell, Helikopter schießt auf uns mit Granatwerfer, wir müssen ihn runterholen. Ich hab kein Mac drin, what the fuck? Ich hab kein Mac, ich hab kein Mac, ich hab kein... Ja. Ja, ein Schmelding B. Kannst nicht hochkommen, kannst nicht hochkommen, ich hörde von... Bin down auf der... Die müssen den Medic heilen. Ich bin aus! Ja, ich glaube wir sind die beiden letzten Endpläne. Negativ. Ja, wir sind noch vier Überlebende jetzt. Irgendjemand, Christoph, kannst du... Ich hol gerade Labal, Moment. Hol danach bitte, leer da mal. Wer von euch ist da hinten am M2 am Ost-Ausgang? Da hinten kommt noch keine Beine. Da hinten kommt noch keine Beine. Da hinten kommt noch keine Beine. Ich mach's nicht. Scheiße. Ja, stopp, stopp. Leute, ich baue hier oben auch keine Beine. Ja. Ben, Status. Ich gebe Fledermar mit dem Status. Fledermar mit dem Status. Fledermar mit dem Motto. Fledermar mit dem Motto. Bist du nicht. Fledermar mit dem Motto. Nein. Wir brauchen einen, warte, 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 ich krieg zu lang. Da hättet ihr noch einer, wow. Okay, danke. Es ist geil, hauen kannst du nicht aus. Aber lauft bei ihr auch nicht. Leute, wir sitzen hier oben auf dem Kopf, denn wir brauchen auch Ammunition. Nordwesten. Okay, hast du Schmerzen? Äh, nein. Positiv. Okay, gut. Wir müssen uns in Leather machen. Das kann den Zeigeschütz nicht mehr besetzen. Au. Mehr die Kopfschmerzen. Äh, wenn ich das richtig sehe, hängt Leather mal an einer Leiter fest. Und zwar Richtung Süden. Seht das als Back? Ja. Ja. Bis doch, Leather mal zum Medikator. Sehr schön, die bräuchten wir hier oben eventuell. Aber sollten sie es vielleicht auch unten lassen. Alles gut, ich klebe noch. Negativ, alles okay. Brauchst du sonst irgendjemanden im Sand? Ich suche mal ne neue Pose und hau ne Heat-Rakete drauf. Schick mir das Drecksting in die Hölle. Leather mal, geh zur Skyhound. Verstand. Ben, ich bin jetzt wieder da. Sehr gut. Ich spack durch die Wände. Wenn, wie ist denn der Status? Ähm, MG-Team oben an sich einsatzbereit. Allerdings werden wir von wahrscheinlich zwei Fahrzeugen beschossen. Und müssen deswegen die kaputt holen. Leute, gleich kommt was sehr schweres auf uns zu. Sehe ich Kontakt zum Panzer. Darf ich schießen? Feuerfahrtragsbegleiter, anteil! Hit! Für... Österreich! Ich bin down, bin down. Wir haben Feinkontakt beim Mosthor. Wahrscheinlich. Ich habe immer noch Feinkontakt Richtung Nord-Osten und den Panzerhalch. Wo sind die? Nicht reinlassen. Ja? Wo sind die? Wo sind die? Da liegt doch Flacky. Ja, irgendjemand... Wo sind die Feinde? Wo sind die Feinde? Wo sind die Hände? Wo waren die Hände? Ich habe auch die Hände gebrochen. Ich habe auch die Hände gebrochen. Wo sind die Hände? Wow, 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 wow. Okay. Wo, ey? Ben, Status! Wir sind komplett leer. Wir haben nur noch Pistolen. Und der, ja, unser Munitionsträger scheint ja abgeschossen worden zu sein. Wir bräuchten den hier irgendwie bei uns. Das ist jetzt um 8 mal drücken vor. Ähm, wir können so nicht aufhalten. Du bist nicht am Linie, du bist am Boden. Mach mal fix help. Mach fix help back. Und sitzt der Panzer am Nacken. Wir wissen nicht, ob er noch bemannt oder unbemannt ist. Scheiße, ich habe Ali verloren. Ich brauche hier oben... Ich sag's nochmal, ich brauche hier oben Munition. Okay, ich gebe ihn mit MEP. Hast du Malfing schon gegeben? Ja, hab ich jetzt. Jetzt bin der da. Okay, wir haben uns im Skyhound gekümmert. Ja, dann kümmert sich am besten um den Rest. Und dann, ähm, kommt Munition. Oder ich bringe euch Munition. Welche Munition braucht ihr denn? M2 und falls noch da, Stunner. Dann kannst du halt laufen, Skyhound. Und ein bisschen Mediczeug wär nicht schlecht. Okay, ich geh mit dir, äh, hoch und, und, und... Ich hab noch genug Mediczeug. Ich geh mit Skyhound hoch und schau mir die Lage von oben an. Du übernimmst lang... Wir haben geschätzte 10 Männer in Richtung... Bitte wiederholen, hab ich nicht verstanden. Boah, wenn wir das im G nicht bald zum Laufen bringen, werden wir berannt. Ich geh mit Skyhound hoch und du, ähm, bist... Ja, du übernimmst erstmal hier, äh, das Tor vom Erdgeschoss. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Ich benutze jetzt Phosphor. Bitte wiederholen, dann ist sogar der Osten draufgesetzt. Ja, der Osten verteilt. Wo sind die Gegner? Oh-oh. 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 Okay, ähm, ähm, äh, äh, der braucht mir jetzt noch Mediczeug. Also Medizinische Versicherung. Oh-oh. Hier oben das MG Team bräuchte eventuell ein bisschen, äh, medizinisches Zeugs. Indemals. Oh-oh. Oh-oh. Eh, Ben, am Riesingrheinzer noch Freikontakt? Oh-oh. Oh-oh. Positiv, positiv. MG läuft aber bald wieder. Ich lad schon rein. Wenn der Eintrag aus dem Osten kommt, warum höre ich denn eigentlich immer Schüsse auf das?